Vor dem Dschungel, Verena kehrt Mark Terencey turteln. Erwischt. Mark Terencey, 44, hatte sich im Juli vergangenen Jahres von seiner kurzzeitigen Freundin Jenny Elbers, 50, getrennt. Inzwischen ist der Sänger aber schon wieder mit der nächsten Frau im siebten Himmel, mit Verena Kehrt, 41. Die Radiomoderatorin hat vor, sich dieses Jahr im Dschungelkamp die Krone zu holen. So wie es ihr heutiger Partner im Jahr 2017 getan hatte. Gemeinsam verbringen Mark und Verena die letzten Tage vor ihrem Einzug in einem Hotel in Australien. Offensichtlich genießen die beiden die Zeit sehr. Auf Aufnahmen, die Bild vorliegen, sind Mark und Verena auf dem Balkon ihres gemeinsamen Hotelzimmers zu sehen. Haut auf Haut kuscheln die beiden auf einer Liege im Schatten, küssen sich und können scheinbar nicht die Finger voneinander lassen. Zurzeit befindet sich das Paar vor Verenas Dschungel-Einzug noch in Quarantäne. Die Pause in den geschlossenen vier Wänden nutzen der ehemalige Dschungelkönig und die Münchnerin wohl für eine kleine Auszeit zu zweit. Bevor sich der Regen weit zwischen sie drängt. Zum Ende des Jahres 2022 machte Mark seiner Verena auf Instagram eine süße Liebeserklärung. Dort postete der frühere Bolbandstar eine Bildstrecke der beiden und kommentierte diese mit den Worten, Es ist egal, wohin du reist. Dein Zuhause ist dort, wo deine bessere Hälfte ist. Anführungszeichen